Hallo, ihr schaut Mo van We Are und ich bin Mo Tensen. So, gerade frisch im Store erschienen heute am 18. April. We Are Invaders und für Science Fiction Themen bin ich ja immer zu haben. Ich gehe mal auf Normal. Leider sehe ich wie immer. Im ersten Anlauf nichts. Was mir ermöglicht die Mucke mal ein bisschen runter zu stellen, aber dann ist das halt so. Survival Fire Range Story Mode. Was machen wir dann da? Also kurze Einstimmung. Ich stehe hier auf einer Plattform. Das sieht ziemlich gut aus. Ich stell mich mal hin. Der Rest. Also die Menüs hier fangen an so ein bisschen zu jittern. Also es ist wahrscheinlich ohne Playstation Pro Unterstützung. Wenn man hier schon im so nahen Sichtfeld Pixel erkennen kann, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass das Subsampling nicht so hoch ist. Aber lass uns mal überraschen. Also ich will Normal. Und jetzt ist die große Frage. Wir spielen mal den Story Mode, ja? Ich gehe mal auf Chapter 1. Zack. Das ist wirklich Weihnachten. Die Bosslady selbst unterstützt mich. Ich höre Sie laut und klar, Nessie. Wer ist heute unser Damsel in Distress? Ah, es ist du, Thomas. Der Name ist Alice Geller. Ein famous Virtual-Reality-Shaper und Artist. Sie ist in der Imagine. Du weißt, die Welt-Kreator der Firma. Don't worry, girl. I'm your Diver and I'm coming to the rescue. Wow. Ah, cool. Oh, seht ihr das? Hier. In der linken Hand habe ich ein Schild. Slowmo Charge. Slowmo Downtime. Oh, und in der rechten Knarre. Yeah. Das ist doch mein Ding. Äh, okay. Noch mal ein kurzer Eindruck. Vielleicht habe ich mich geirrt mit der Grafik. Eigentlich, äh... Äh, doch ist... Schwierig zu sagen. Aber es sieht cool aus. Also, äh... Nicht so, dass es störend ist oder so. Es jittert so ein bisschen vor sich hin. Also, das Antalyzing ist... Es ist ein bisschen arm war überall. Aber... Ja. Hat jetzt nicht eine Qualität von einem Rex oder so. Aber es sieht cool aus. Kann man sich gefallen lassen. Und... Das... Ich mag ein Wild. Ich mag das in Wild, ne? Also, Science-Fiction-Format-Ding. Jetzt muss ich noch mal gucken. Auf... Ah. Ich schieße es mal einfach ab. Wer weiß, wofür es gut ist. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. What the hell? This doesn't look like an art project. More like some damn robot invasion. Okay. Danke. Zumindest schießen die nicht auf mich. Aber... Jetzt kommen sie gefährlich näher. Oh, verdammt. Ich schiebe doch. Diese Mistviecher. Oh. Jetzt wird es schon... Ein bisschen... Schwierbar. Boom. Schild. Sehr schön. Oh, verdammt. Boom. Ey, jetzt habe ich zwei Gnaden. Verdammt. Ich hatte doch eben noch ein Schild. Jetzt ist der Schild wieder da. Okay. Verdammt. Ah. Muss das erstmal schneiden. Aber... Das ist... Ein typisches... Looks like Alice messed around with the matches protection code. So, we've got another amateur hacker on our hands. And she's a much loved celebrity, so we need to be definitely careful. Die hier sich zu orientieren. Hier sind auch welche mit Schild. Die muss ich erstmal ein bisschen down machen. So. Okay. Kann offensichtlich auch... Achso. Das Environment ein bisschen zerschießen. Das ist lustig. Also Story habt ihr mitbekommen. Ich bin wohl irgendein Typ, der... Sind jemanden, der in Zukunft in VR stecken geblieben muss? Okay. Good oldness. Always looking out for the company. Okay. Das ist aber echt. Meine Warte. Das mit dem Schild ist aber lustig. Das ist im Prinzip äh... Danger, danger. Oh. Die O. Boah, ist gegen... Erstmal mal die kleinen Fässer, ne? Man weiß ja nicht. So Sound ist äh... Sehr moderat. Noch. Ich hab ihn aber auch ein bisschen leise gedreht. Ich probier mal kurz was aus. Ne. Der Boss ist nicht schwierig. So. Dass die äh... Umgebung auch kaputt ist. Das geht. Das ist lustig. Yeah. Wir haben unsere Klienten Koordinaten. Get in there and be quick about it. Äh... Ich hätt gern die Fäußers raus, dann würd ich... Äh... Glatt die... So. Bisschen lauter stellen. Confirm. Ach so. Wollen wir erstmal den Namen eingeben, ne? Hm? Mo... Ten. Dafür reicht's. Complete. Ich bin durchgekommen. Geht offensichtlich noch besser. Also ich hab nur einen Stern. Stern bekommen. Next. So. Wie ihr das eventuell an meinem Frucht-Ninja... äh... Fried-Ninja... You've made it to our client's avatar. Bla bla bla. Mitbekommen. Get ready for another attack from the software security. Don't worry. I'll refute our golden girl faster than you can say. Thomas Hall is a wonderful diver. And I'm secretly in love with him. Is this all just a game for you, Thomas? The Ice Queen's got no holiday spirit. Okay. I can keep it professional. Schande. Was ist das denn? Okay, okay. So. Der ist noch da. Schon wieder neu. Ist tatsächlich ganz einfach, sich in alle Richtungen zu orientieren. Da ist etwas, was ich brauchen könnte. Und hier kommt irgendwie alle Jubeljahre so ein leerer Strahl raus. Weiß nicht, ob ich den ausweichen muss. Wahrscheinlich. Oh ja. Eine Gitter. Also. Da hat man nichts zu tun, muss man mal sagen. So. Aber tatsächlich, äh... Was ich gerade sagen wollte. Games, äh... Bei denen man mehr Room-Skill mäßig in Action ist. Das sind gerade mein großes Thema. Also. Steht drauf. Und... I'm beginning to like shooting sci-fi drones. They're metal faces. Do you know how much money Wired industry loses every time you burn out one of your brain damage prevention safeguards? More than my monthly salary, I'll bet. Ist das ja aber nichts, äh... Wo man jetzt ins Schwitzen kommt, aber... Man muss schon zusehen, wie ich immer besser auf der Seite, wenn der Laserstrahl kommt. Wahrscheinlich. Ich wünschte mir, äh, die Wummel wird sich noch krasser anfühlen. Das ist, äh, das ist sehr moderat. Also. So. I've been the most senior diver ever since poor Sam got in that coma. But nobody seems to appreciate me. Oh. Like you know about being stuck on the career ladder. Okay. Und äh... Ich merke hier auch leider keinen Rückstoß. Also... Wie heißt das, äh... Force-Feedback... Im Controller ist leider... Nicht großartig drin. Das ist schade, das haben sie verpasst, weil ein bisschen haptisches Feedback ist eigentlich nicht so schlecht. Ich stehe an der Wand. Jetzt haben wir wieder zwei Kinder an, aber kein Schutzschild. Weiß gar nicht, ob das so geht. Dusch, 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 Laserstrahlen. Ich komme hier manchmal ein bisschen aus meinem Area raus. Ah, mehr Schuss, schnellere Schüsse. Das geht ab. Boosh. Danger, danger. Oh, jetzt kommt der Boss. Dann knall ich mal auf den Platz. Ich, der schießt mir, der was mit mir. Zerstreue ich, ach, das denken die kleinen Vieh haben zu knallen. So, oh Gott, oh Gott. Was ist mit meinem Schild? Ich glaube, der zerstört mein Schild, der blöde Boss. Okay, wenn man sich ziemlich gut sicher sein, wie der Platz hier im Zimmer ist, dann kann man nämlich den Schüssen, glaube ich, auch ausweichen, der mit dem Körper ausweicht. Irgendwie. Irgendwie. Da wird ich nicht bald. Den kleinen Scheiß hole ich auch immer runter. Aber genau, der Boss scheint mir irgendwie mein Schild zu plauen. Nicht so schön. Ey, Boss, lauf. Bisher habe ich nur zu meckern, dass die Knarre sich ein bisschen cooler anfühlen könnte. Und. Okay. Ich bin auch ein bisschen komisch justiert hier. Ihr könnt es nicht sehen. Hier, wo mein linker Kontrolle ist, ist meine Zimmerwand. Das ganze Ding müsste eigentlich mal ein bisschen nach rechts rutschen. Ich versuche mich mal. Ah, okay, okay. Genau. So, jetzt habe ich mich. Jetzt stecke ich allerdings ein bisschen im Boden. Mal gucken, wo jetzt die Wand ist. So, die ist jetzt hier vorne. Da habe ich kein Space. Nochmal rekalibrieren. Alles klar. Hui. Einstirn. Na ja. Wir sind übrigens im März 2046. Thomas, es scheint, dass Alice Gela nicht jammed, weil sie sich mit Imagines-Code beschäftigt hat. Wir brauchen mehr Daten, um herauszufinden, was passiert ist. Ja, diese Leute sind so richtig. Du weißt, ich bin viel weniger enthustig über unsere Arbeit, seit Sam sick. Und es ist, weil ich nicht unsere Bossen uns信ieren. Das ist keine Entschuldigung für eine Sloppy-Werk. Alles könnte Samuel passieren. Was war das? Das ist ja gemein, jetzt. Ich muss hier im Dunkeln kämpfen. Könnt ihr es sehen? Ich habe zwar eine Taschenlampe. Es gibt Geräusche, also die Dinger piepen so ein bisschen, dass ich merke, da ist irgendwas. Was? Komm schon. Was? Was passiert hier? Aber in wen? Wenn wir bis zum Morgen enden, können wir Sam auf den Krankenhaus schauen, können wir an Sam auf dem Krankenhaus schauen. Schau, ich habe eine Gespräche mit meinem Senior-Staff über das. Aber erstens, wegschau' diese Dronen. Ich habe auf der HTC Wi-Fi ein Spiel gespielt, was ein bisschen ähnlich ist, wo auch so ein kleiner. Das ist ja auch ganz geil, wenn man auf Knopfdruck die Knarre hier in so ein Katana verwandeln könnte. Und wenn einer zu nah kommt, zack. Oh, shut down. So, she's stuck here because of the corporation, after all. Worse than that, she's imprisoned. Oh, Thomas, please. I'm trying to say there's an artificial intelligence somewhere in this copy of Imagine. An actual working, self-modifying neural... Ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich nicht im richtigen Winkel stehe, dann verschwindet die Knarre optisch. Aber es ist richtig. Unlösbar scheint das hier alles nicht zu sein. Moment. Was ich auch noch gar nicht versucht habe. Ich habe ja hier angeblich irgendwie Knöpfe für Zeitlupe und so. Alter, das stimmt nicht ja nicht. Was war das? Der Boss. Ah, das ist gut. Peanut. Wow. Es piept immer noch. Der scheiß Boss. Das ist lustig. Okay, also, ich glaube, man muss echt dafür sorgen, dass man das Zimmer freigeräumt hat. Ich habe immer ein bisschen Schiss, nur gerade mich hier elektrisch zu bewegen. Aber, um den Boss-Schissen auszuweichen, muss man durchaus... Ja, zack, kann man sich nämlich auch künftig nennen. Boah, da. Ich glaube, er hat versucht, es versucht, anzubieten und anzubieten. Es scheint, dass diese AI die menschliche Emotionen versteht. Ja, immer wenn ich den Kamerabereich verlasse, dann verschwinden meine Waffen und so. Ah, ein bisschen eigentümlich. Ja, es ist nicht, man ist jetzt nicht so gefordert wie bei einem Food-Ninja oder so, weil man nicht so direkt das Gefühl hat, rumfuchtern zu müssen. Aber ich glaube... So, gucken, wo meine Wand hier links ist. Da ist er. Ja, wenn man möchte, kann man sich ja auch gut bewegen. Auf jeden Fall. Ganz unterhaltsam. Was ich mir mehr wünschen könnte, ist tatsächlich, dass die Knarre irgendwie noch cooler anfühlt. Da gab es schon ein paar Spielchen, wo man schießt und ein bisschen Force-Feed bekommt und so. Das hilft immer. Das haben sie leider ein bisschen verpasst. Es sei denn, ich finde, wie immer, noch ein Menü, wo das eingestellt werden kann. Aber hier sehe ich zumindest nichts. Boden. Na gut. Wir haben jetzt Chapter 1, 2, 3, 4 durch. Ich probiere mal in einem anderen Modus. Survival. Fire Range. Wir probieren mal Fire Range. Yeah. Okay. Er piept. Nicht so gut, mit zwei gleichzeitig zu schießen. So, aber... Tatsächlich stört es ein bisschen, dass wenn ich die Knarren hochhebe. Zu hochhebe, dass die dann optisch verschwinden kann. Das ist ein bisschen blöd. Kann man nämlich nicht so richtig ziehen. Aber... 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 Damit ist... Das ist ja auch ein bisschen... Na, einer ist schon... Den kannst du nicht sagen. Bestimmt auch schon der war. Du und du und du. Ich kann mich zeigen. Get back. Lass mich hoch. Und du... Ach... Dusche. 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 Ah. Bei der einsamen Grafik... hätten sie ja tatsächlich von der Auflösung bis in die 4.5.5. Später sagt der PS-Pro. Das bedeutet, das Ding hat kein Pro-Verstützer definitiv. Macht dann aber für normale PS4-Verhältnisse einen ordentlichen Eindruck. Zum Glück. Da habe ich schon grobige Sachen gesehen. Alter Schwede. Das war es ja dann wohl, ne? Okay. Ai, 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 ai. Ne, die Scores sind doch hier ausgedacht, oder? Puh. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, reicht das mal für heute, für jetzt. Den Rest, da machen wir dann einen zweiten Teil draus. So. Also, nochmal ein kurzes Fazit. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Aktion. Ob das jetzt die, oh Gott, was hast du gekostet? 16 Euro? 19 Euro? Ich weiß es nicht. Wert ist, dann muss man entscheiden. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht in der Oberliga von der Gesamtqualität. Wirkt aber in sich ganz polished, ganz nett. Ja, kann man machen. Ich habe irgendwie gedacht, dass auch die Story noch ein bisschen komplexer erzählt wird, weil ich mir vorher kurz einen Test durchgelesen habe. Da sprachen sie irgendwie von Intro-Filmen. Den habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also, keine Ahnung, ob sie eben PSVR-Version so ein bisschen gecuttet ist. Auf jeden Fall. Ja, ganz lustig, ne? Also, spätestens wenn man Science-Fiction-affine ist und Bock hat auf so einen einfachen Shooter. Ich glaube, ich kann hiermit mehr anfangen als mit diesem Pistolen-Shooter. Wie hieß er denn? Fug? Ähm... Lethal? VR oder so? Ja? Mit dem war ich ja immer so ein bisschen medium happy. Aber... Andererseits gibt es ja noch Gear. Nee. Gear VR. Ja? Dieser Comic-Shooter, ähm... Me... Me... Minecraft-Style. Und der... War... Ein bisschen lustiger, fand ich bisher. Mal gucken. Mal gucken, was hier noch kommt. Also, die Boss-Gegner scheinen jetzt keine große Herausforderung zu sein. Ich habe auch das Gefühl, man kann sich aussuchen, ob man zur Seite springen möchte oder nicht. Also, bisher bin ich ja noch nicht wirklich gestorben. Ähm... Spiel aber auch auf normal. Also, normal scheint irgendwie entspannt zu sein. Mal gucken. Das werde ich nochmal ein bisschen erforschen und ihr seid wieder dabei. Wenn es heißt... Puh... Nein. Leserschwert. Ähm... Gebt mir bitte gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefällt. Sagt euren Freunden, dass es den Kanal gibt und hier so ein Casper VR spielt und dazu labert. Ähm... Ja. Freue ich mich. Bis dann. Das war husband Henson. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.